Ich kandidiere für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von der Ministerpräsidenten. Und keine krassen Fehltritte bringen Sie keine Nutte um. Für Sie vermutlich kein Problem. Keine Ahnung, worauf Sie stehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Jemand wie den in unser Team zu holen, halte ich. Vielleicht sie nicht. Fred ist Journalist, der einige ziemlich heftige Sachen aufgedeckt hat. Der Penn-Ice Fred Flasky. Deck mich am Arsch, der Wichser hat alles aufgenommen. Bin ich nur entkommen? Ich habe auch mein Handy. Ich werde versuchen, dir weitere Peinlichkeiten vor der Öffentlichkeit zu ersparen. Du trägst Rückenfreie, hatte ich nicht erwartet. Es geht doch nicht etwa viral. Das läuft in den Nachrichten. Wir haben auch gleich noch seine Webcam gehackt und dabei hochinteressante Sachen erfahren. Kein Kommentar, kein Kommentar. Danke. Was ist denn hier los? Was ist mit dir los, Blondie? Sagtest du gerade Blondie? Sie ist die Außenministerin. Ist der High? Ja, er ist betrunken und dumm. Du bist mit dir relativ. Ja, er sieht rein. Untertitelung des ZDF, 2020